einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zurück bei mist ja der wagen war nicht ganz kaputt der motor war schrott und die zündkerze war auf 0,1 prozent habe ich also aufweggeschmissen ich hatte zum glücker versatz dabei also alles gut so was ich noch gemacht habe ich hab mal ein bisschen was aufgefüllt und sonst habe ich gar nichts gemacht eigentlich und jetzt wollte ich zur fahren die ich dahinten gesehen habe es war bei dem anderen haus war jetzt ein bisschen vorsichtiger bei dem haus wo wir ganz zu anfang waren da muss ich jetzt hin und da ist noch eine größere Form das war hier die mit hier noch ab nein da ging es nicht ab noch mal kurz und die Wette hier geht es aber nicht das sieht man doch kaum hier was soll denn der Kack so aber hier warte mal da haben wir auch was ich stelle mal den Motor ab dann gucken wir uns mal hier ja das ist wieder eine neue Basis aber nein ganz ehrlich den spinnt werde ich mir doch mal schön schön abonnieren aber den werden wir auf jeden fall noch mal holen sehr geil gut einmal habe ich im auto natürlich ja auch nicht mehr gleich ich will es jetzt nicht wissen dass ich hier wo wir schwimmen können oder nicht so ich will wieder essen da haben wir eine Kug hier ist ja sonst nischt mhk mhk dann holen wir mal kurz haben wir zuerst parken da holen mal kurz wasser und dann geht es weiter so hierher kommen wenn wir schon mal drehen so abstehen mal da rein ich bin nicht viel viel wieder haben so boah alter man nur voller schreckt so einmal da kommt dann einmal zurück ins auto damit wir da wasser haben dann gucken wir natürlich jetzt mal hier weil hier ist weiß nicht aber ich bin nicht hoffen dass da drin ist aber weiß ja nie bzw. jemand drin ist hier ist nischt tatsache hier ist nischt da kommen wir doch eigentlich hoch ne jawohl wieder schwebe man wieder schwebe man schwebe man zack wieder nichts was können wir denn hier sehen da oben ist noch ein hochstand da hinten fliegt noch was was scheint hier noch wirklich weit da rein zu gehen und weit da rein ich bin nicht erst mal weiter geht's weiter 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 ich kann hier leider nicht sprinten da geht von alleine nur so langsam runter da kommen wir ja nicht hoch ne ne ok weiter haben wir denn hier so viel ok ich hab gerade was zu sehen ok und was haben wir hier auch so viel naja schön ist ja toll sehen wir vielleicht noch was da hinten waren wir schon zack zack naja noch was mach ich auch alles klar kein Dorn mitnehmen man was haben wir hier was können wir denn hier craften combat knife brauchen wir nicht american eagle as medium range in the cold car ja ok den haben wir pickaxe ich brauche meine pickaxe ok nochmal brauchen wir nicht und uuuuuh ok heißt wir müssen ernsthaft dafür brauche ich das heißt ich muss das irgendwie anders abbauen können und dann wir hier das selbe was wir haben oder nicht aaaah ok ok das ist ein Standarddinger ok ja ja gut dann sehe ich sonst nichts ok ich gehe jetzt mal eh lang da war was da war was ich gehe erstmal hier rum und jetzt mal gucken hier ist nichts da bin ich die existiert der existiert gar nicht alles klar alles klar ne dann dann was da ist das da ist das da ist das das geht sowieso nicht kaputt das ist ein Tönerstall ok hier ist auch nichts ok dann gehen wir erstmal den ach gehen wir erstmal den schuppen ok dann nehmen wir natürlich mal die schrober so was haben wir hier ja super oh ja wundervoll und noch ein russer ja geil ja licht nehme ich auch gerne mit nö nö können wir alles selber machen was haben ok ab zu unlock aaaa ok das muss ich mir merken knockpick das will ich dann haben den longbow wird ja boots können wir vielleicht noch nehmen ein hemd haben wir ja das ist alter boah scheiße 23% ist auch nicht viel na gut ok wir schleichern nochmal bevor wir da reingehen und dann gibt oh gib mir mal da rein na du dämel du gib mir nicht jawoll du Kartoffel du noch einer quats läuft ja wie geschnitten noch einer komm her der erste Gegner nehmen aber egal noch mehr komm her komm her schwatz so jetzt scheint es hier ruhig das ist gut ohne Bandage ist immer sehr gut keine keine äh na jetzt füllen wir die Worte keine Wunde oder sonst irgendwas er hat los hoch sag bloß erzhaft da kann ich Küche looten alles klar alles klar das auch alles klar ja komm wir nehmen wir gleich alles mit zack zack das geht nicht wir können es ja immer noch ablegen so ist es nicht genügend extra haben wir auch wir haben irgendwie vier stücke oder so so hier das nehmen wir auch nochmal mit zack 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 so das war's aber anscheinend den kann ich mir nicht machen Salz ok so gut Lashy damit tun wir auch alles mit da wenn nichts dann da oh gut und jetzt sind wir schon voll ganz kurz zum Auto so na 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 gut wir haben das Auto quasi schon vorher fertig gemacht. Das ist wirklich Glück, ja. So, zwei Bonagen. Lassen wir dann mal da Briegel, Zucker, Kartoffel, Kartoffel, Pometel. Ich will, dass wir ein Licht haben. Das da noch, das da noch, das da. Steht da? EU-Test? Eckeltest. Okay, Auto ist schon fast voll. So, wir kriegen daten noch leer hier daraus. Gucken wir jetzt mal unten rum. Scheint aber auch keiner mehr zu sein. Wir haben ja nichts. Fernseher. Nichts. Da ist noch nichts. Habe ich? Habe ich. Gut. Hier haben wir Bücher, die er nicht braucht. Wer will denn in der Apokalypse schon lesen? Ganz ehrlich. Ich spiele wieder Computer. Okay. Gute Ohren. Damit hatte ich gleich mal was vor. Weil, das ist mir grad an meine Idee gekommen. Kann ich nicht öffnen, alles klar. Wow. Ist da noch? Ja. Nichts. Und da nichts. Nichts. Nehmen wir mal mit. Oh. Okay. Muss ich gucken, wie weit die Crowbar ist. Wie sie nicht schon fast kaputt ist. Hm. So. 22. 25. Ja. 65% verdammt. So. Ja. Noch ein Bucksack. Oh wie geil. Das läuft hier wirklich sehr gut. Nur eine Cola. Obwohl wir ihn nicht brauchen. Aber wir haben sie. So. Und dann haben wir noch den hier. Und hier ist nichts. Jetzt will ich mal was testen. Move. Komm mit. Komm mit. So. Na na na. Komm so. Womit. Hallo. Wenn wir nämlich. Oh. Ja, anschauen wir uns nicht vor. Die Tür öffnen. Die Tür öffnen. Die Tür öffnen. Die Tür öffnen. Schade. Oh. Vielleicht geht ja das hier. Hoch mit dir. Hoch mit dir. So. Erstmal ganz kurz. Äh. Alles klar. Natürlich. Wir stoßen dagegen. Und fahren dagegen. in der Tür öffnen. Ich gehe einfach weiter. Grüße hier. Gut. Wir lassen das jetzt so. Oh, oben jetzt. Oh, oben jetzt mal gucken. Da haben wir da Holz. Da war'n wir schon. Da ist nischt, da ist nischt, da ist nischt, da ist nischt, da können wir nicht reingucken. Warte, war das irgendwie klein, oder? Und nur 1,50. Sollen wir da reinpassen? Das ist nischt, okay. Zu mir. Combat knife. Sind wir wieder voll? Nein. Hä? Oh, kann da reingucken? Wusste ich nicht. Entschuldigung. Und der Fernseher schwebt in der Luft? Natürlich. Was ist denn sonst? Da liegt was drin, ey. Gott. Jetzt ist die Axe kaputt. Na gut. Ist halb zu schlimm. Wow. Okay, nett. Boah. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil. Alter. Okay. Apokalypse kann losgehen, ey. Doch, ich mach das mal. Hä? Was? Haben wir die hier ausgerüstert oder was? Deswegen. Das mach ich mal so. So. Seine. Also. Standard. Nahkampf. Kernkampf. Geil. Geil. Shotgun. Ja, geil. Okay. Hier, da haben wir noch was. Da haben wir nichts. Hier können wir nicht durchsuchen. Da haben wir noch was. Hier, das heißt, es muss ja noch eine andere. Ah, das ist die. Ach so. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich dachte, es ist die M16. Da können wir gar nicht ran. Schuhe. Ja, geil. Hier gibt es natürlich nichts. Das können wir auch nicht benutzen. Probierweise dahin, ja. Gut. Equipment. Schuhe. Ja. Ne. Da. Schuhe. 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 Oh, ist das geil. Ist das geil. Ist das geil. Ich grinse gerade wie so ein Bancro-Wert, ey. Ich würde sagen, wir fahren jetzt da rum und dahin. Und zuerst machen wir mal Scrap. Da. Da. Haben wir noch Schuhe. Brauchen wir jetzt mal nicht. Dann haben wir die. Noch noch. Das haben wir. Oh, fuck. Wir sind voll. Okay. Wir müssen erstmal zurück. Wir müssen erstmal zurück. Wir müssen erstmal zurück. Geht nicht anders. Wir sind bei 18 Minuten. Dann weißt du was. Wir fahren zurück. Und dann geht es erstmal. Dann geht es erstmal hier links rum. Zu der Erde neben uns. Denn da sind immer noch ein paar Autos. Und dann können wir da nochmal Benzin kappen. Abzapfen. Nicht kappen. Wollen wir mal sehen. Was uns denn da erwartet. Mit der Axt kommen wir ja ganz gut zurecht. Wir müssen uns klein nochmal ausrüsten. Jetzt mal hier lang. Und dann. Abschneiden. Aus. Dann lassen wir die ganzen Kappels hier weg. Ähm. Haben wir nichts davon was. Wir haben wieder eine Cola. Wir haben das und das und das. Ähm. Warte mal. Wir machen erstmal. Den müssen wir immer so gut dabei haben. Den auch. Und. Das ist eigentlich nicht. Wir müssen nochmal nachladen. Hier hat ein. Es wird sich immer noch zu wenig. Alles klar. Die anderen beiden sind aber vollgeladen. Ähm. Die lassen wir jetzt erstmal so. So. Dann machen wir erstmal das. Ach. Dann. 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 Andciplinaryure. Make-up ways. so. Die hab ich ja auch. Hier ja? Dann. Da hab ich die. Da hab ich da. Den遊 mitge Nice habe ich nur genug. Ich habe da ein. Und noch einen im Auto. Die mal... Da brauche ich die mal rein sonst. Da habe ich die. Komm mal hier hin. Erstmal rüsste ich mal ganz kurz raus, damit die weg ist. So. Dann machen wir erstmal die Essenssache und das, das, das kann da hinten. Das kann da hinten. Essen. 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 Kann man füllen. Essen. Essen. Muni. Meadowscrap. Nägel. Da muss voll. Kann alles werden ganz ehrlich hier. Was mache ich mir so? Was mache ich mir so? Die Sorgen. Ja. So. Essen. 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 Wir müssen auch gleich wieder was essen. Vielleicht müssen wir auch gleich mal wieder einen Bären jagen. Äh. Dann. Schmuckere. Eine Potato. In der Regel. Und. Salz. Nehmen wir hier eine Cola. Oder. No. So. König. Alles klar. Acht. Alles klar. Ähm. Ammo. 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 Nehmen wir hier. 0,50. Alter. Hier. Ja. Dann. Wie kommt der noch hier? Nein. Da. Müssen wir mal auch irgendwie anders sortieren. Können. Könnten die hier verarbeiten. Machen wir auch gleich mal kurz. Dann haben wir wieder Searing Kids. Die brauchen wir hier nicht. Nochmal hier. Dann kommen die gleich mal da hin. Das können wir gleich. Verarbeiten. Die brauchen wir jetzt. So. Zack. Searing Kids. Jasper. Lampe. Ähm. Lampeln. Algerts. ост. Mal haben wir noch Platz. Mal haben noch Platz. Mal haben wir noch nicht viel. Es tun wir trotzdem da mal. So. ähm. Machen wir jetzt mal die. Was. Können wir gleich wieder schlafen gehen. Zum Mythil Orts. ja komm alles geht schnell ne das dauert richtig lange firewood machen wir mal mit zweimal da haben wir eigentlich genug und daraus machen wir hier noch ja komm wir machen nochmal firewood ist ja wurscht dann kommt das hier da rein firewood machen wir auch erstmal hier rein genauso wie das und den füllen wir erstmal es wird Herbst die hat mir ja letztes Mal angezeigt dass bald Winter wird da hab ich schon gedacht oh das kann was werden so bauen wir wieder klar so da ging nicht mehr als 16 die da rein stimmt dann lassen wir den nochmal hier ich hab ja noch genug zu trinken nein dann tu ich den erstmal hier hin so wir sind bei 25 Minuten ganz ehrlich dann machen wir jetzt einfach Überlänge kommt der bei mir eh nicht so häufig vor so ähm zwei gebrauch ich jetzt mal nicht was haben wir hier dann ja bisschen Benzin kann man immer gebrauchen dann je mehr desto besser mal zu hier was ist das Blueberry was ist das denn jetzt ist aber schön wenn jetzt morgen ja sieht glaube ich richtig nice aus ich denke mal da oben kann man auch überall noch rennen alter alles nichts da gehen wir gleich und ich will jetzt mal die Autos alter Autos stehen ja echt überall ich meine ist geil aber das ist unfassst übertrieben ne vor allem muss ich mal in die Autos gucken dann machen wir mal zu gehen wir mal zu hier da ist nischt drin das ist natürlich nichts siehste ich muss mal in die Autos gucken eine habe ich auch genug das brauche ich nischt das ist das hier hier ok kommen wir jetzt nicht rein ok dann nehme ich was aber drinne das Fenster ist nicht mehr als wenn ich es aufmache schön perfekt so da haben wir noch ein bisschen Benzin zack die Nacht ist eingetroffen Feder ok das hört sich immer so ganz komisch an da der 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 zu rein die Hören die dahinten doch. Ganz ehrlich, das hören die doch dahinten, oder nicht? Boah, die nehm ich mit. Die nehm ich sowas von mit. Also da kann es sein, die nehm ich alle mit, ey. Das sind schon meine. Das sind schon gut wie meine. Okay, das kann man nicht mitnehmen. Noch nichts, das nicht. Motor, wie viel hat der? 54%, sehr schön. Das freut mich. Wir noch, Alter. Also, in der Schlacht gegen die anderen nach sind wir schon sehr gut vorbereitet. Ohne Workbench. Eine Batterie, ja. 49%. Gut. Das ist nichts. Was haben wir hier noch? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und das können wir gleich anziehen. Gut. So, ne? Das, was? Ne, ne. Aber ist schon okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Aber, die nehm ich mit. Oh, Junge. Move. Dreh dich. Aus. Und so. So. Den fächt ich mir mit dem Bett. Und da kommen Sachen rein. So wie halt. Oh, ohne Durst. Alles klar. Wie gesagt, da kommen dann Sachen rein. Wie. Wie Sachen. Schade, dass es hier keinen zweiten Stock. Zweiter Stock. Zweiter Stock weg hat. War. Musst du jetzt mal mit? Bernd hier. So. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war es dann jetzt mal für diese Folge und nächste Folge. Fahren wir zum Hochstand und dann gucken wir mal, wohin uns dann der Weg führt beziehungsweise was wir von da aus sehen, wo wir da noch hin können. Bis dann. Ciao. Ciao.